Tradition und Innovation prägen die über 100-jährige Geschichte der Minerva-Schulen Basel, eine der führenden Privatschulen in der Nordwestschwarz. An zwei Standorten im Zentrum Basels gelegen, werden in familiärer Atmosphäre auf allen Schulstufen 350 Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Maturität individuell unterrichtet und begleitet. In dieser Stunde lassen wir die Kleinen intakt angeben. Für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder ist die musikalische Früherziehung von prägender Bedeutung. Hier lernen die Kinder selbstständig zu denken. In unserer Basisstufe arbeitet jedes Kind individuell in seinem Tempo und erwirbt dabei wichtige Arbeits- und Lärmtechniken als Basis für den Schulerfolg. Teamarbeit ist ein Gewinn für Kinder und Lehrpersonen. Durch die Teamarbeit mit den Heilpädagogen ist es in der Primarstufe möglich, in sehr kleinen Gruppen auf das einzelne Kind einzugehen. An der Minerva erlebe ich ein Stück Schule der Zukunft. Im Pro-Gymnasium ist der Immersionsunterricht genauso verständlich wie die Integration der neuen Medien. Mit unseren überschaubaren Klassengrößen habe ich Zeit, auf jedes Kind einzugehen. Durch Coaching und Aufgabenstunden können Kinder an der Minerva individuell gefördert und betreut werden. Dadurch entlasten wir auch die Eltern. An der Minerva sind wir mit Leib und Seele bei der Sache. Entspannungsübungen und Konzentrationsförderung sind auch Teil des Minerva-Konzepts. Schule als Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche aller Schulstufen. Das ist es, was uns an der Minerva so gut gefällt. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler pflegen miteinander einen offenen und kommunikativen Umgang. Das sind die Stärken der Minerva. Individuelle Förderung. Ganztagesbetreuung in familiärer Atmosphäre. Überschaubare Klassengrößen. Engagierte und motivierte Lehrpersonen. Eine schulische Ausbildung, mit der Ihr Kind den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017